was war denn das muss ich von hier aus springen aber ich bin so da was bist du so nass na achso war von dem einen gepanzerten alien da der spurt und ein gepanzerten alien oder ich krieg langsam hunger wurde auch zuerst dachte dass der trainier so gerülpst ja das klar auch will wie die stimmklinge sowieso alle gleich in diesem bisschen vor allem die ruku und crunch akku ist hier nicht ich sagte auch nicht über la oder ruku war ich sagte einfach nur über lande so wie er da ist die ruhig er das auch nicht da ist da kommt dann wahrscheinlich auch die abkürzung aber noch nicht hatten das schaffe ich halt neben eben nicht das muss ich ja wieder komischen power drifter machen das kann ich dann schon abhaken was was wollt ihr denn hier fand ich auch cool bei crash tag team racing das ist ja so zwei moderatoren ja da hatte denn einer so gesagt jetzt zeige ich dir wie viel spaß der power drift macht ganz genau chicky baby upsala das war der vibrations alarm würde ich gerade sagen der controller hat gerade etwas vibriert kann ich hier muss ich springen tatsächlich richtig das ist ja geil seitlich springen ich finde wie cool die idee er springt an der wand und er landet wieder auf der wand hey die jetzt mitnehmen können du penner du penner wenn du uns verpfeift und kriegst was auf die fresse du penner die oma bande ist so genial die hab ich mal im fernsehen war glaube ich nicht gesehen bei rtl oder so echt haben sie dir gezeigt aber die auch interviewt das gemacht haben schade geil gewesen würde mich mal interessieren wie sie das so fanden das damit zu machen aber schon spaß gehabt ich habe mir schon gedacht dass das so wird ich werde es trotzdem gleich noch mal probieren woher ja wo du mich auch korrekt auga 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 Uka Uka oder sind drei Sekunden die ist wahrscheinlich nur im Geheimraum im Geheimraum in der Abkürzung aber was du ja auch mal mit jemandem glaube ich in der Zwischenbesprung hat das war mit Uka Uka und Aku Aku die sind ja Brüder und dann müssen die eigentlich die gleiche Nachnamen haben das stimmt ja dann müsste denn Uka Uka entweder Uka Aku heißen oder Aku 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 das ist schon eine geile Theorie Apropos Theorie hat ja Markus auch was äh äh gesagt sag ich mal äh gesagt ja was hat er denn gesagt nämlich über äh das Dasein der Menschen auf unserer Welt Gottes Willen seit wann ist denn der so philosophisch und hat dann nämlich bei Mario Kart 8 mal thematisiert nämlich dass es da eine Theorie gibt dass es schon quasi Urmenschen gab und ich muss mich mal kurz auf stumm schalten denn warum musst du dich auf stumm schalten weil äh gerade jetzt nichts mehr ist das ist eine logische Erklärung ja ne erklär was meinst du nämlich dass es früher schon so als die Urmenschen gab die technologisch quasi noch mehr als wir haben und die denn quasi auf der Rückseite des Mondes wohnen wohnen was soll denn der Quatsch da fragt mir auch vor allen Dingen die Rückseite des Mondes die kann man doch sehen der Monddrehen sehe ich auch also das ist eigentlich allein da schon ist die erste Lücke für mich bei dieser Theorie das ist der Scheiß wieder hier mit 10k aber die 10k habe ich auch schon probiert jo ach man bleibt mir nur noch die andere Bahn oder du machst einen Cup das geht auch hm weiß ich nicht eigentlich wollte ich die jetzt zum Schluss auch schon wo ist denn jetzt die Bahn mit dem Elektro-Dings da okay dann versuche ich jetzt hier mit da habe ich alles hast du das Relikt gemacht wenn du die nicht schaffst das sieht so aus bei der ne das ist ja der Kristall-Level ach so du hast mir eben gesagt das ist die ja weil ich es nicht ganz anblicken konnte die hier jawohl dann was hole ich jetzt hier ja Elektro-Gehmer-Relikt hm das kriege ich vielleicht hin nehme ich den Tiny und hole Relikt 10k hast du ja schon versucht am Ende der letzten Session ja vielleicht versuche ich das gleich nochmal da sah ich nicht ganz so chancenlos aus ah ok versuchen wir es hier mit dem Relikt aber hast du jetzt der Androiden-Allee geschafft? nö da war ich wieder weit unter den angegebenen Sekunden ich weiß nicht warum ja weil ich nicht durch die Abkürzung reinkomme das ist alles vielleicht geht dir der mit Tiny ja das kann ich gleich nochmal versuchen weil der wäre höhere Geschwindigkeit hat meinst du ne? ah gut das probiere ich gleich nochmal das ist eine Möglichkeit könnte man versuchen so Leute es tut mir leid dass wir hier grad gar nichts mehr erreichen aber ich versuche es also ich bemühe mich es ist auf jeden Fall schade das kann ich soweit schon mal versichern ja schade ist es auf jeden Fall so wollen wir mal gucken ich glaube mit Dave lief es besser ja liefst du auch ich lenke dich zu sehr ab nein du lenks mich überhaupt nicht ab es ist einfach so dass die Level ziemlich anspruchsvoll sind naja an dieser Stelle meine Frage an den Dave ja man kommt der Song man kommt der Song das ist ja keine Frage an den Dave das ist eine Frage an mich ne man kommt die Udo Song Udo Song ja da weiß ich nichts von na doch der Song darüber wie du Chris Pennykut spielst aha da musst du ja da musst du da mal antworten da weiß ich mich auch grad selbst nicht und das muss doch noch ein bisschen ja obwohl es ist schon fast zwei Jahre her ich bin ich gut einst hat er als Udo gesagt ich mache jemanden zum Nudeln ich bin ich gut spielen zu machen guck mal an das ist ja dann frag ich mal also getan richtig hast du hiermit getan ja und an solchen Stellen zum Beispiel habe ich direkt alle Kisten geholt ja gut ich muss ja eh doch zwei Mal lang fahren von daher ist es ja nicht wurscht es ist ja eigentlich wurscht in welcher Runde ich die Kisten hol ach ich mach nochmal ich mach das ach ok komm upsala ist das ein scheiß Ubenaka was dann Ubenaka Ubenaka wer ist das das war von Banjo Banjo mhm auch ein Spiel beziehungsweise eine Spielereihe ok für ein Entchen sich ziehe ich und auch Xbox ok kenn ich nicht das ist zum Beispiel so eine Reihe da kennen sich da am Arcus echt gut aus aha da guckte ich mir auch gerade ein Let's Play zu an weil ich das selber auch gerade so ein bisschen am Spielen bin mhm das ist Jump'n'Run oder was richtig wo es dann auch jede Menge Sachen zu sammeln gibt zum Beispiel Puzzleteile und Musiknoten ach auch Puzzleteile mit den Puzzleteilen haben sie es ja irgendwie bei Rare ja ist das auch von Rare oder was mhm ach guck an ja Donkey Kong Country Turns zum Beispiel oder auch Tropical Freeze sind ja von Rare Mitarbeitern ja eben deswegen Retro Studios ne die haben ja auch zum Beispiel Metroid Prime gemacht aha ja da kenn ich gar nichts von den Metroid Spielen muss ich sagen die ersten die waren ja so Jump'n'Runs aber denn gaben ich hab mal eins für den Gameboy gehabt ganz ganz früher denn so am Gamecube da gab es auch Metroid aber das waren so Ego-Shooter aber die waren gar nicht so schlecht das ist denn Metroid Prime wenn du das sagst glaube ich ja das oh und da gibt es schon viel Zeit da gab es schon viel Zeit mhm und ich glaube wenn du das so hältst mit etwas unter einer Minute pro Runde das Problem ist dass die 3er Kisten ja nicht ewig hier bleiben werden ja das stimmt allerdings ne aber dann kannst du ja jetzt in die nächste Runde ich glaub auf der Bahn hast du jetzt ja alle Kisten ne äh also auf dieser Turbo Bahn ja ich hab beide Seiten abgeräumt glaub ich und dann kannst du ja bei der nächsten Runde den Turbo direkt nehmen das mach ich auch du sparst den auch wieder zur hinten da hast du vollkommen recht uh da waren noch 3 Sekunden interessant die hol ich mir gleich noch wenn ich dran denk dass sie da waren das ist immer so ne Sache zur Not 1 ne ich dich da hier sind auch noch mal 3 Sekunden ja toll über die du drüber gesprungen bist hier sind auch noch mal 3 über die du nicht drüber gesprungen bist genau hier ist noch mal eine auch Kleinvieh macht Mist richtig hier müsste auch noch was sein 3er die ich nicht gekriegt hab hier ist noch eine 3er die ich gekriegt hab jawohl hier ist noch eine 2er die ich jetzt gekriegt hab also ist noch ein bisschen was da für die dritte Runde so ist es nicht jo hier ist noch eine 1er die nehmen wir noch mal gerne mit einen für den Weg genau das war aber Engine richtig so und hier wollen wir auch mal versuchen die zu kriegen hier jetzt hier haben wir und hier nehmen wir noch 2er mit jo bis bei unter 2 Minuten die gute dürfte nicht werden dann machen wir eine das wollen wir mal ganz stark hoffen weil sonst kriege ich bald einen mittelschweren Anfall dann nehmen wir doch hier direkt die dobe Bahn gab es ja auch eine Strecke die so hieß ne bei Crash Team Racing genau aber die war ziemlich einfach hm die Rutsch Arena war aber auch nicht gerade schwer ne das ging das ging so hier kam hier könnte ich ja vielleicht sogar hinkriegen alle Kisten einzusammeln normalerweise mhm oh jetzt kommt gleich die Stelle mit den 3 Sekunden ja ich weiß überlegt da wo die war hier ne richtig ja sehr gut das kann man gleich wieder knicken ja toll verdammt man das ist sowas regt mich mal wieder auf so'n Scheiß und kotzen ja aber ich doch ne tiny fliegen ne ne jetzt bist du so vom Status her wie ich dabei noch nie kommt ist das so schlimm ne ich hab's mir irgendwann mal nochmal angeguckt die ich fand so schlimm war ich denke ich auch nicht da gab's schlimmeres wie zum Beispiel bei Outworld Apes Exodus das hab ich mir gar nicht komplett angeguckt bei dir auf das Display ach man ne das war ja was die Tee und Dave glaube ich gezeigt hatte ja dann ja Auszüge hatten wir gesehen ja mit dem Slick mhm so blöder Benner mit dem da jetzt schon laute gespringen n n n und das war ja und das hat auch ein bissin im Hals gekratzt das schreien ja da kam ich wie vor blblblblblbl da kam ich mir vor wie manche nach einer Gamescom dabei der markus ja habe ich gesehen dass er da videos von hochgeladen hat aber das interessiert mich wirklich fand ich auch mal interessant da sieht man ihn denn auch mal wieder akku war ja auch bei weiß gar nicht wie der aussieht so wirklich irgendwann habe ich mal kurz ein bild von ihm gesehen ja beim 100 abonnenten specials von ihm da sieht er recht schlank aus ist aber mittlerweile nicht mehr so der mittlerweile auch ein bisschen zugelegt so aber dadurch dass es auch ein paar nicht gerade positive umstände gab es möchte ich glaube der 2012 wo seine mutter gestorben ist natürlich das video ziemlich krass was er dazu gemacht hatte das fand ich etwas mit der markus ist eigentlich unsympathischer ja er übertreibt zwischen zu viel sein videos teilweise man kann sich dran gewöhnen ja ja halt sowas mag ich halt nicht so gerne hat man lieber die natürlichkeit eines jahres ja genau das ist so deswegen bleibt ja auch eher mein favorit der dennis und außerdem du hast ihn ja schon mal getroffen ja dann ist es cool und der ist so halt auch so drauf in echt wer auch in den videos ist ganz genau so dass überhaupt nicht verstellt und das mag ich ja nehmen wenn du so cool weil gerade spielt hat ein bisschen wo er so gesagt hat zwei wird sie halbe stunden für ihn bereichen bei dem levy braucht aber es waren ja auch milder nur umständen es das war super war aber nur geil aber er war ja nicht allein 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 ich hasse Polarkreis 18 ich hasse alles was irgendwie so aus deutscher Quelle kommt so halbwegs dachte jetzt du sagst einfach nur ich hasse alles ich hasse alles in jedem aber er hatte trotzdem ein gutes herz genau Cortex sei nächstes mal netter zu meinen handgangen durch euren sieg über tiny habt ihr das tor zur nächsten welt geöffnet hier war doch irgendwo das ding ins kirchen hier oder auch etwas was ich ausländisch weiß wenn ihr den kristall eines levels schon geholt habt werdet ihr beim zweiten mal eine schwebende uhr finden genau die uhr aktiviert den zeitmodus wählt ihn und die uhr beginnt zu ticken so schnell wie möglich aber pass auf einige elemente ändern sich genau ich machte dieses geräusch immer so gerne wenn dann die die szenen beendet sind das fand ich immer so geil und auch die ausblendung dieses quasi sich ineinander verschnürbeln bei crash 2 zum beispiel war es ja einfach nur eine weiße ausblende stimmt wurde es aber voll geblendet ja das kann ich auch schon wieder knicken hier alles da wurde denn nachts das ganze zimmer errichtet ja ungefähr so es ist so hell also das hier schaffe ich auch mit tiny nicht es ist einfach zum heulen es ist zum heulen ich weiß einfach nicht was ich machen soll es klappt alles nicht bin weit welten von den angegebenen zeiten entfernt alter verdammt wir haben ja schon wieder fast eine stunde ja ist bald rum deswegen möchte aber ganz gerne auch irgendwas erreichen das regt mich ja sonst gerade tierisch auf aber du machst das in den cup das würde hochgehen wo dann mache ich einen cup wo denn in der arena da wo muss ich denn hier ja genau da velo zitadelle dann machen wir jetzt einen cup zum abschluss als versöhnung ich werde natürlich hier noch die relikte und die cnk teile holen ich weiß zwar noch nicht wie ich das anstellen soll aber irgendwie wird das noch versuchen aber dann machen wir jetzt zur versuche noch einen cup zum schluss ich hoffe dass ich da dann wenigstens gold kriege oder also den edelstein ich glaube die lila chips dürftest du alle haben jetzt so richtig irgendwas muss ich ja alle haben und irgendwas muss ich ja alles haben was habe ich denn mal gucken wo kann ich das nicht sehen ach so das kann ich hier gar nicht erkennen doch muss noch eins weiter ach so ok oder lila habe ich alle stimmt und sonst habe ich doch gar keine doch die grünen habe ich auch alle da war es gerade lila und grün kann ich holen so 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 Vielen Dank.